Liebe Zuschauer, in unserem letzten Video hatten wir erörtert, dass der Anhörungsbogen, wenn ich wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit zur Kasse gebeten werde, nicht zurückgeschickt werden muss. Was dann als nächstes kommt, ist folgendes. Wenn Sie Ihren Verteidiger, Ihren Rechtsanwalt beauftragen, wird dieser zunächst Akteneinsicht beantragen und für den Fall, dass ein Bußgeldbescheid ergeht, läuft zum ersten Mal eine wichtige Frist. Diese Frist beträgt 14 Tage. Sie müssen also entweder selber oder durch Ihren Verteidiger binnen 14 Tagen Einspruch einlegen. Wenn das passiert, sind die Rechtsfolgen des Bußgeldbescheides zunächst aufgeschoben. Was das bedeutet, sagen wir Ihnen in unserem nächsten Beitrag.